Herzlich willkommen zu einem der letzten, ich glaube es ist sogar der letzte, justi.ch Talk live von der SwissKillsBern 2014. Neben mir werden die meisten Sie erkennen, Linda Fee. Linda, vielen Dank, du bist hierher gekommen. Gerne. Schön, dass du hier bist. Danke. Linda, wer bist du? Wie bist du ins Berufsleben gestartet? Also ich bin natürlich normal in der Schule. Ich habe dann die Sekundarschule besucht und dann muss man sich ja so in der zweiten Sekunde langsam entscheiden, was man machen möchte. Und ich muss sagen, ich wollte ganz, ganz lange Lehrerin werden. Mir hat das sehr gut gefallen, der Beruf. Aber dann in der Sekunde hatte ich einen Lehrer, der sehr frauenfeindlich war und uns Frauen immer sehr abgemacht hat und unfair war. Und sie ist und uns immer als dumm hergestellt hat. Und wo ich dann irgendwie bei der Schule bin, hat mir das total abgelöscht, um noch weiter in die Schule. Weil für Lehrerinnen hätte ich an die Kantonsschule gehen müssen und ich habe dann gefunden, nein, ich will etwas schaffen gehen, ich will Geld verdienen, ich will jetzt nicht noch länger in die Schule. Das hat mir dann irgendwie komplett ausgehängt. Und dann habe ich mich natürlich angefangen zu informieren, was würde mich interessieren. Und dass ich das KV würde machen, das hat mich schon sehr, gerade von Anfang an interessiert. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, wo. Reisebüro hat mich sehr interessant gedunkt, weil ich verschiedene Länder und Kulturen sehr spannend finde. Und auf die andere Seite hat mich das Bankwesen fasziniert. Und dann bin ich schnuppern, sowohl als auch. Und dann habe ich einfach bei der Bank irgendwie ein super Gefühl gehabt, tolle Leute kennengelernt. Und dann habe ich mich gerade sehr wohl gefühlt. Und dann hat das nachher geklappt, ja. Und bin dann fast auf der Bank gelandet. Super. Und du sagst, du hast eben leider einen Lehrer gehabt, der dich vom ersten Berufswunst eher weggebracht hat. Hast du Leute gehabt, die dich besonders zur Bank hergebracht haben? Kannst du dich an eine Person erinnern, die dich beeinflusst hat, um in diese Richtung zu gehen? Also ich muss sagen, mein Grosspapi hat 47 Jahre auf einer Bank gearbeitet und dadurch, dass natürlich er viele Geschichten von seinem Alltag, von seinem Berufsalltag erzählt hat, ist mir das schon immer sehr nahe gewesen, den Beruf. Und meine Eltern haben mich natürlich bei der Berufsfindung total unterstützt und mir auch geholfen, Bewerbungen zu machen und geschaut, dass ich kann schnuppern gehen können. Und ich bin auch bewusst an verschiedenen Orten, in verschiedenen Banken. Und somit bin ich dann eigentlich gemeinsam mit der Unterstützung von meiner Familie zu der richtigen Berufswahl gekommen. Und ich bin eigentlich auch heute sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich irgendwie das sehr gut auch nach wie vor heute kann brauchen, was ich gelernt habe. Ja, grossartig. Also auch meistens, wenn man hört, wie Junge sollten vorgehen, klingt das vorbildlich. Das heisst, mit den Eltern, mit dem Umfeld involviert, nachher gut vorinformiert, nachher gut schnuppern und angefangen hat. Ja, weil man ist ja noch jung und man weiss ja irgendwie dann auch nicht alles. Und ich glaube, dann ist mir schon recht drauf angewiesen, dass auch die Eltern da tragen. Aber nachher hat sich deine Karriere anders entwickelt? Ja, das ist ja so. Ich habe natürlich nebst dem traditionellen Berufsweg oder dem traditionellen Berufsbild, ich wollte eine Lehrerin werden, ich wollte dann auf die Bank arbeiten, und ich hatte natürlich auch immer die Träume. Schon als kleines Mädchen habe ich davon träumt, einmal Miss Schweiz zu werden. Ich habe diese Misswahlen immer verfolgt. Ich bin von diesen Missen, von der Stefanie Berger über Melanie Winninger, Tanja Gutmann, also wirklich, sie sind 15 Jahre her oder mehr. Und ich bin von denen, damals bin ich ungefähr 10 Jahre alt gewesen, bin ich immer Autogramm holen, wenn sie bei uns in der nächsten Autogrammstunde gegeben haben. Und ich war total Fan von diesen Missen. Und das hat mich schon auch immer so fasziniert, diese Welt. Und andererseits habe ich immer sehr gerne gesungen, bin ich auch mit der Musik aufgewachsen. Also ich bin schon so ein bisschen schwarzes Schaf gewesen in der Familie, die einfach auch sehr kreativ und künstlerisch immer tätig gewesen ist. Eben mit der Missen da sein und mit der Musik. Und das hat mich nebenbei auch immer begleitet. Und dann bin ich halt eben auch in diesem Alter gewesen, wo man sich dann vergleichen kann mit den anderen Kandidatinnen, die an der Misswahlen mitmachen. Und ich habe dann in der Ausbildung als Bankkaufrau Leute gehabt, die irgendwie auch mit Misswahlen zu tun hatten, die dann gefunden haben, mach doch mit, du hättest super Chancen. Und irgendwann, wenn er das Leute die ganze Zeit sagen, auch am Bankschalter, wo ich gearbeitet habe, habe ich irgendwann gefunden, ja, vielleicht müsste ich es jetzt doch mal probieren. Und es hat geklappt, du bist sehr erfolgreich gewesen und hast nachher eigentlich eine Karriere starten in der Moderation, in der Öffentlichkeit als Sängerin. Jetzt ist gerade, habe ich gesehen, deine neue CD lanciert worden. Wenn du jetzt auf diese Periode zurück schaust, hast du eigentlich nach der Lehre noch in der Bank gearbeitet? Ja, ich habe zuerst noch drei Jahre gearbeitet, also aus der Lehre komme ich irgendwie mit 17, 18 Jahren. Und dann habe ich bis 21 noch gearbeitet, noch Berufserfahrung gesammelt, das habe ich auch sehr wichtig gefunden. Ja. Weil ich einfach gefunden habe, ich will genug Reif sein, ich will Lebenserfahrung und Berufserfahrung haben, um mich an eine Schweizer Wahl anzumelden, weil ich glaube, oder ich habe vermutet, dass es sehr ein tougher Job ist, und ein toughes Engagement, und ich wollte da einfach ein bisschen Reife haben. Ja, und wie du sagst, hat es dir eigentlich sehr schweizerisch solid wieder, also die Abwägung zwischen Karriere und Beruf, und wie du gesagt hast, hat es dir auch geholfen, also die Erfahrungen, die du in der Ausbildung gemacht hast, helfen dir auch jetzt? Auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr wichtig, ich bin sehr froh, dass ich eine Ausbildung abgeschlossen habe und gemacht habe. Ich habe auch immer gesagt, ich will zuerst meine Lehre haben, ich habe eine Berufsmatura noch gemacht dazu, ich will das abgeschlossen und bestanden haben. Und wenn ich das im Sack kann, dann versuche ich mich im Showzirkus, weil ich habe gewusst, es ist schwierig, es gibt grosse Konkurrenz und es ist überhaupt keine Chance, dass man das schaffen kann. Und auch habe ich nie gewusst, wie weit ich nachher noch komme und wie ich meinen Weg kann, wie sie sich dann entwickeln. Das habe ich nicht vorausgesehen. Darum finde ich es schon sehr wichtig, dass man etwas in den Taschen hat, im Sack hat, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann oder wo einem auch eine gewisse Stabilität und gewisse Sicherheit gibt. Was hat eigentlich bei Linda Fee nicht so funktioniert, karrierentechnisch? Also da hat ja wahnsinnig viel gut, sehr erfolgreich funktioniert, was ist nicht so gut funktioniert? Ja, ich darf wirklich sagen, ich darf mich sehr glücklich schätzen. Mein Amtsjahr war eines der erfolgreichsten, die es gab. Und eben, ich war jetzt auch meinen Weg, wenn ich in den letzten fünf Jahren mache. Ich lebe jetzt als selbstständige Moderatorin und Sängerin. Aber lustigerweise war mein Karrierestaat alles andere als erfolgreich. Eigentlich, als ich noch in der Schweiz Kandidatin war, wie an das erinnern sich vielleicht viele auch, war es ja sehr extrem in den Medien, dass gewisse Kandidatinnen das Matterhorn auf dem Bild nicht erkannt haben. Und das ist ein Foppa von mir gewesen, was mir passiert ist tatsächlich. Jetzt bin ich mich gewöhnt, so vor der Kamera zu reden. Man muss sich vorstellen, als Kandidatin, eben mit 21, noch naiv und ungezwungen, und dann kommt da Schweizer Fernsehen mit der Kamera und sagt, so erzähl uns mal, was du auf diesen Bildern siehst und dann siehst den Berg und findest so. Und das ist dann halt das gewesen, das Malheur, was mir damals passiert ist. Und das ist ja dann durch die ganze Medienwelt gegangen. Eine prägende Erfahrung. Und ein Teil, glaube ich, der Bewältigung war, dass du auf das Matterhorn raufklettern bist, gell? Genau, und das war natürlich wieder ein Punkt für mich. Jetzt erinnert man sich vor allem an das, die Linda fährst auf dem Matterhorn gewesen. Super. Und das hat mich auch irgendwie nicht mehr loslassen. Da sieht man auch so ein bisschen den Ehrgeiz. Also ich wusste einfach, da muss ich noch irgendetwas wieder gut machen. Und ich hatte dann so einen Bezug zu dem Matterhorn, der mich nicht mehr loslassen hat. Und ich habe dann einfach gesagt, ich muss dort rauf. Grossartig. So kann man auch aus einem eigentlichen Misserfolg wieder einen Erfolg machen. Sag mal, wenn ich jetzt in Zukunft schaue, vielleicht noch zum Abschluss. Wo ist Linda Fee in zehn Jahren? Gute Frage. Also ich wünsche mir und hoffe, dass ich nach wie vor selbstständig arbeiten kann, als Moderatorin und Sängerin. Ich habe extrem die Applausche, dass ich mich dann aufbauen durfte. Ich moderiere viele Events. Ich bin jetzt vier Tage an der Swisskills. Da bin ich für den Backyard Conduitor und Confisseur Meisterverband unterwegs gewesen. Und das sind ganz vielseitige Sachen. Und als Sängerin habe ich dieses Jahr mein erstes Album herausgebracht. Und bin im Moment auch sehr viel auf der Bühne unterwegs. Und ich hoffe einfach, dass ich das weiterhin machen kann. Und etappenweise, dass es weitergehen kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich gesund bleiben darf. Und meine Familie und meine Freunde und mein Umfeld haben mich nach wie vor so tagkräftig unterstützt. Weil es ist kein einfacher Job. Ich bin viel nicht rum. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch da wieder Unterstützung hat. Wie ich es schon damals bei der Berufswahl hatte. Und sie stehen ja heute noch bei meinem Weg hinter mir. Und ich hoffe, dass ich noch lange auf das kann zählen. Linda Fee, das wünschen wir dir auch. Wir glauben auch, dass du auch diesen Berg oder auch nicht so hohe Berge weiterhin erklimmen würdest. Danke viel. Wir wünschen dir viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Merci, danke auch. Danke, Linda. Merci.